Willkommen zurück beim Tarrenkonflikt. Wir sind in, das muss ich jetzt gleich mal nachgucken, Trantor. Sehr gut, das heißt wir tanken mal schnell auf. Satelliten haben wir genug, also nur Energiezellen. Energiezellen. Mein Personalsammler ist angekommen und fliegt gleich wieder zurück. Navigation, Docker an, Ausrüstungsdock. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Ihr habt mir nämlich in den Kommentaren geschrieben, ähm, dass mein Ranger einen Leutnant braucht und ich habe den eingehenden Nachricht. Hä? Jupiter? Ah ja, richtig. Kümmer ich mich gleich drum. Ausrüstungsdock, gelandete Schiffe. Ranger? Info. Du hast Leo an Bord? Ähm. Wie kann ich jetzt rausfinden, wie der Leo heißt? Also, welchen Rang der hat? Ach so, du bist ja kein TP. Navigation. Handel. Kampf. Ja, toll. Ich weiß jetzt, du hast ein Leo an Bord. Ihr habt gesagt, das ist ein Kapitän. Ich brauche einen Leutnant. Na gut. Eingehende Nachricht. Da muss ich auf den Personalsammler warten. Ranger. Stimmt. Kapitän. Aber es macht nichts. Weil da ist ein Leutnant. Jetzt kriegst du den Leutnant. Und damit hat mein Personalsammler. Moment. Ich weiß jetzt, du hast den Leutnant. Das ist der Meerengel. Das ist der Personalsammler. Oh. Gut. Der hat ja zumindest keinen Leutnant mehr. Das heißt, ich kann ihn hier jetzt sitzen lassen. Aber eigentlich sollte das der Personalzubringer sein. Na gut. Und da habt ihr geschrieben, wahrscheinlich funktioniert das überhaupt nicht. Ich muss den Ranger selber fliegen. Ich gucke mal. Das heißt, ich warte jetzt mal hier, bis was kommt. Er hat ja Platz. Und ich warte jetzt einfach mal, bis die Leute durchgehen. Entweder er sammelt was ein, oder er sammelt nichts ein. Und der Personalsammler, mein Meerengel, hat keinen Leutnant, sammelt also nichts ein. Den kann ich jetzt also hier hängen lassen. Gut. Ja, der ist ein Kapitän an Bord. Den kann ich anderweitig benutzen. Zweiter Punkt auf der Liste. Ähm. Galaxiekarte Antigone Memorial. Da blinkt ja alles rot. Oder gelb. Okay, einer hat aufgehört zu blinken. Der wurde beliefert. Mit zehn Fleischblöcken. Äh, der blinkt in fünf Minuten wieder. A, wollte ich gucken, mein Fleisch. Oh, sind 15.000er. Stimmt. Okay, die werde ich umbauen. Da sollen 4.000er hin. Ja. Da werde ich 4.000er hinsetzen. Die sind ja unterwegs. Und das zweite ist, mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Ähm. Da. Ich habe nämlich nochmal kontrolliert, weil die Frage aufkam im Discord, ob das vielleicht zu wenig Kahuna-Pressen sind. Aber wenn es nach dieser Rechnung hier geht, dann hätte ich hier einen Überschuss von 3000 Kahuna-Blöcken und hätte eigentlich einen Mangel an Kristallen und Silizium-Scheiben. Aber dadurch, dass sie bei der Belieferung von den Fleischblöcken nicht aus dem Knick kommen, habe ich bei Kristallen und Silizium-Scheiben eigentlich ein Plus. Aber ich kann gerne nochmal versuchen, hier, äh, die Ressourcen zu erhöhen. So. Jetzt habe ich gesagt, äh, Wolkenwahrs Südost. Genau. Da sind nämlich 3.000, 4.000 angekommen. So. Laderaum-Erweiterung-Triebwerks-Tuning-Installiert. Was brauchen die? Boost-Erweiterung-Installiert. Handels-Computer-Erweiterung-Installiert. Ja. Ja. Handels-Software-Kampf-Software-Kampf-Software-MK-2-Installiert. Maß kriegst du nicht. Installiert. Navigations-Software-MK-Spezial-Software-MK-1-Installiert. Okay. Patronen-Software-Brauchst du nicht. Kommando-Quatsch. Handel. Laderaum-Erweiterung-Installiert. Nein. Laderaum-Erweiterung-Installiert. Triebwerks-Tuning-Installiert. Boost-Erweiterung-Installiert. Handels-Computer-Erweiterung-Handels-Software-Kampf-Software-MK-2-Installiert. Installiert. Navigations-Software-MK-1-Spezial-Software-MK-1-Installiert. Installiert. Genau. Ähm. Laderaum-Erweiterung-Ruder-Optimier-Triebwerks-Tuning-Installiert. Boost-Erweiterung-Installier-Handels-Computer-Erweiterung-Installier-Handels-Software-Kampf-Software-Kampf-Software-MK-2-Installiert. Patrouille- Nein! Patrouille-Software-овали-Installiert- linken-Installier-Not- 29-Endiert- founded. Up interfed-Kampf-Software-MK-2-Installier-Spezial-Software-MK-1-Installier-血-Installier-Christ-E��는- мень-Stall Fuj-Good-иноiert-Roping-Struthier-Ab ruined-Satellier-Fire-Weiterungs- unleash-Kampf-Software-MK-2-Installier-Dirext-ieza- São Paulo- suceder- Kash- strategically- conv 270-BERT-Stop-Kampf-Software-Ms. Und du bist jetzt der Letzter. So, Moment. Kommando, Kommando-Konsole. Rundruf an alle Schiffe. Dockt bitte an. Undockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Okay. So. Deine Chance, haben wir gesagt. So. Mal gucken. Ähm. So fliege ich vorwärts. Genau. Ich war jetzt schon wieder auf der Steuerkonstrasse. So. Nein. Ein. H. Sektor 148. Und Sektor 148. Da ist doch schon einer durch. Ja. Doch. Einer schon durch. Argon Ausrüstungsstock. Ich glaube es klappt wirklich nicht. Na gut. Ich warte die mal ab. Und wollte jetzt mal gucken, wie sie da noch Chance aussieht. Hallo Tigerklaue. Wie sieht's aus? Bist du dem gewachsen oder soll ich dir noch helfen? Einmal, fahrzumachen, las's öffnen mit. Einmal, ausmachen. Hinweise und делieren. Holger довousseau. Och. Da momentan, dass du das. Wo fliegt nur 100 Fleischblöcke. Das heißt, die beiden hier oben, die Antigone-Fleisch, die werde ich austauschen. Eingehende Nachricht. Eingehende Nachricht. So, du kaufst jetzt hier. Nein, du kaufst den. Handelssoftware. Handelssoftware M. Gut. Ja, und dann werde ich 1.15.000 herrüber schicken, der die Kristallfabrik. Apropos Kristallfabrik, wie viele Kristalle habe ich ihn hier? Nichts. Die sind alle hier. Ja, guck mal, wie viel Weiz ich nicht habe, wie viel Erz ich habe. Das will ich verkaufen. Weil ich brauche das Erz nicht. Eingehende Nachricht. 300.000 Energiezellen habe ich. Eingehende Nachricht. Hier, Kahuna-Fleischblöcke. 50.000 Stück habe ich hier. Jetzt erzählt mir nicht, ich hätte zu wenig... Jetzt erzählt mir nicht, ich hätte zu wenig Kahuna-Fleischblöcke. Handelssoftware. Handelssoftware eingehende Nachricht. So, das ist jetzt der fünfte. Handelssoftware MK3. Kommando, Kommando-Konsole. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Wolken der Atreus. Andockerlaubnis erteilt. Kommando akzeptiert. Wolken... Oh Mist, da war es. Wo, 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 da ist er. Südtor. Sprungantrieb wird geladen. 10%, 20, 30, 40, 50%, 60, 70, 80, 90. Initiere Sprung. Das wird jetzt böse. Ich muss mich beeilen. Erreiche System. Wolken der Atreus. So. Da ist er. Lass meinen Frachter in Ruhe. Achtung, eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Wolken der Atreus. Kein Ziel. Zielerfassung. Genau. Oh, die kriegen gerade schon die Hucke voll. Kein Ziel. Wo ist mein Frachter? Kampfdrohne MK2. Pirat. Ehen Ziel aufgeschaltet. Ziel ist nun in Feuerreichweite. Im Namen der Königin Atreus und des Königreichs Ohren danken wir Ihnen für Ihre wertvolle Unterstützung. Als Belohnung erhalten Sie 1000 Credits. Konnte der fliehen oder wurde der vernichtet? Wurde zerstört. Mein Plünder, Hannes! Das war mein Plünder, Hannes! Der siebte! Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ah! Ernsthaft? Das glaub ich jetzt sind ich. Kampfdrohne MK2. Äh, warte mal, wie war das jetzt? Wie war jetzt der Befehl, um die abzuschalten? Kommando akzeptiert. Gab's nicht einen Rundruf an alle Drohnen? Ziel nicht innerhalb der Reichweite des Transporters. Teleportation nicht möglich. Ja, ja, Quatsch nicht. Frachtraum enthält nun Kampfdrohne MK2. Kampfdrohne MK2. Frachtraum enthält nun Kampfdrohne MK2. Frachtraum enthält nun Kampfdrohne MK2. Frachtraum enthält nun Kampfdrohne MK2. So, die sammeln ich jetzt alle wieder ein. Königliche Kampfdrohne MK2 enthält nun Kampfdrohne MK2. Ja, freut mich. Kommt alle her. Kampfdrohne MK2. Nicht genügend Platz im Frachtraum. Mist. Tut mir leid, Leute. Euch kann ich nicht mehr retten. so Mistral Superfracht da schon einer angekommen so warte mal, ich kann doch der braucht doch nichts Springe Insekt warte mal, kann der das schon? genau, sammle Waren ein, kannst du machen ok Navigation Springe Insektat, ach so, du hast 48 Energiezellen eingehende Nachricht ja, die haben alle keine Energiezellen mehr Mistral ich brauche Superfrachter Kampfdrohne Mark II kommando akzeptiert kommando akzeptiert bleib mal bitte in der Nähe Kampfdrohne Mark II kommando akzeptiert kommando akzeptiert so genau bleib mal in der Nähe so ich brauche jetzt irgendeinen Frachter komm wo sind meine da na komm beeilt euch Freunde so eingehende Nachricht freier ager und handelstation personal tp kommando konsole warte mal erweiterte option waren austausch mit energiezellen transferiert das reicht das war der hier war ja verdammt so kommando kommando konsole Navigation Springe in Sektor dann das Chance sind wir ne wollte der Astreos waren wir wollten der Astreos Südtor kommando akzeptiert gut ich fliege mal zum Südtor da Mistral Superfrachter gut morgen kommando akzeptiert so erweiterte optionen name ändern so plünderhand ist Nummer 8 ich ärgere mich stopp kommando akzeptiert erweiterte optionen waren austausch erweiterte optionen waren austausch Kampfdrohne markt 2 transferiert Frachtraum enthält nun Kampfdrohne markt Frachtraum ent Kampfdrohne markt ziel nicht innerhalb der reichweite des transporters quatsch doch nicht kommando akzeptiert Frachtraum enthält nun Kampfdrohne markt so was machst du jetzt kommando konsole du machst als erstes ach du kannst ja gar nicht aufnehmen doch ach nee du brauchst jetzt du brauchst jetzt Maß stimmt weißt du was du kriegst mein Maß Ziel Projektionserweiterung transferiert so Kommando konsole bitteschön Maß Kampfdrohne Bergungscrew bereit gut so du sammelst jetzt den ganzen Krempel von deinem Vorgänger ein genau und ich werde dir noch geben ein paar Waffen dass du dich verteidigen kannst Impulsstrahlen emitter transferiert genau warte mal kriegst du ja energiezellen nö doch da 100 energiezellen die reiche um nach hause zu kommen kommando kommando konsole heimatbasis so ok ich habe wie ein blinder hannes so ein dreck so ich habe jetzt wie viel drohen an bord 13 ok Kampfdrohne markt 2 transferiert so jetzt habe ich zehn drohnen an bord das reicht mir so und jetzt kriegst du noch kommando akzeptiert genau mass defense auch du hast ja bloß zwei links da brauche ich ja gar nicht so viele Waffen geben oder wie viel kriegst du da rein doch 24 laser ok ok das thema ist durch jetzt mistral so gelandete schiffe ach so dich kann ich doch kommando kommando konsole navigation springe und fliege zu station moment mal schilde haben die war ja andock erlaubnis erteilt kommando akzeptieren ne du hast keine schilde die haben schilde mist dann brauche ich jetzt noch schilde pass mal auf personal tp du hattest glaube ich 100 impuls strahle mit da genau erweiterte optionen du impuls strahlen emitter transferiert impuls strahlen emitter transferiert impuls strahlen emitter transferiert so okay waffen 123 habe ich nicht viel gegeben fragt haben geschlossen was sind ja vier ach der normale kann sechste tragen und der super frachter der super frachter kann vier tragen alles klar impuls strahlen emitter transferiert impuls strahlen emitter transferiert so erweiterte option waffen rundherum ausgerüstet gut kommando akzeptiert dann beschützt ihr mal schön das schiff kommando akzeptiert genau notsignal von argon prime kommando akzeptiert so kommando akzeptiert so gut die beiden mistrei brauchen noch schilde das ist doof also brauche ich 8 25 schilde alles klar die besorge ich euch so plünder hannes gefällt dir nicht ja gut sie wahrscheinlich zu weit weg kommando kann man konsole navigation spring und fliege zur station an doch erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so sie sprechen mit dem automatisieren was wünschen sie genau ich übermittele jetzt die angeforderten informationen glauben sie dass sie etwas davon interessieren können eine raum sprit brennerei eine raum sprit brennerei ich öffne mal schnell agonen ähm raum sprit brennerei da m kostet 2 millionen du bietest 5 ja gut ich mach's wolkenbasis südost ach du scheibenkleister ich hab ja noch die paraniden schipfwerk stimmt boris war das da hä nein ne quatsch nicht boris orkan da handel chipwerk genau chipwerk gekauft genau und du wolltest nach so mal nein leipsystem ist aktiv mein besitz schiffe kommando konsolen navigation springe nach da herons nebel ah da drin ist es mitten drin ok dann wirst du mal kommando akzeptiert dort sein und ich fliege auch nach heinrichs nebel sprung an dann ist die eine mission schon beendet eingehende nachricht ok um die mission erfolgreich abzuschließen dann erreiche system herons nebel so kommando kommando konsole spezial chipwerk kommando akzeptiert eingehende nachricht danke ich habe mit dich gut geschlagen eingehende nachricht lünder hannes ist zu hause ja ich habe noch sechs so warte mal warte mal banschi rakete trans aurora rakete transferiert die lexianischer weiz disruptor rakete transferiert energiezellen nimmst du ein paar mehr mit energiezellen transferiert flammenschwert rakete transferiert hurricane rakete transferiert die behältste wo sind denn die moskitos hier moskito rakete transferiert so sonnenblumen lager die erstmal hier ein transferiert teladianium transferiert vesper rakete transferiert so jetzt plünder hannes warte mal wo wollte ich dich jetzt hinschicken ach richtig ja ich hatte doch hier unten irgendwo eine eigene schildproduktion mal aufgebaut die überhaupt nicht lief wo 42 schilder rumliegen in erzgürtel das heißt warte mal kann ich ja von hier machen kommando kommandokonsole navigation springe und fliege zu station erzgürtel andockerlaubnis erteilt kommando akzeptiert genau was machten wir da in trantor und wieso höre ich kein alarm kann mir das mal bitte einer sagen sprungantrieb wird geladen 10 prozent 20 30 40 50 prozent 60 70 80 90 initiere sprung ich hab wieder mal nur die hälfte geschafft von dem was ich geplant hatte erreiche system trantor und du hast schuld und deshalb schieße ich dich erst ab in feuerreichweite nein schiffstrümmer so was hast du fallen lassen raumsprit und raketen na gut egal ich werde es beim nächsten mal weiter sortieren jetzt reicht es erstmal die schilde bringe ich nach oben dann tausche ich die kleinen frachter gegen die großen fleischfrachter aus und dann nehme ich einen großen frachter und versorge die station nebenan äh mit den gestern bis dahin sage ich danke fürs zuschauen danke für eure tipps und kommentare die nachricht mache ich noch schnell oh das energieversorger ja energiezellen gekauft kommando kommando kommandokonsolen navigation docker an und erlaubnis erteilt kommando akzeptiert so und jetzt sage ich danke fürs zuschauen macht's gut genießt den tag und vor allem see you later andokvorgang erfolgreich willkommen zu hause an bord verbindung zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt zum örtlichen handelsnetzwerk hergestellt die nachricht